I am the Jochener, das ist der Frühsport für Mittwoch, den 26. Juli 2023. Schönen guten Morgen. Ich habe es mir hier im Foyer gemütlich gemacht, auf einer typisch deutschen Couch mit Plastik-Efeu nebendran, mit sowas hier an der Wand, ihr kennt das alle wahrscheinlich, aus diversen Lokalitäten. Es ist der Schwarzwald, so kennen wir ihn. Einziger Haken, ich habe hier nichts, wo ich meine Kamera drauf abstellen kann, die habe ich also in der Hand, das heißt, wenn es jetzt ein bisschen wackelig wird heute, bitte ich um Verzeihung. Da bessere ich wieder nach. Vielleicht schaffe ich es morgen noch eine Stufe höher zu gehen, hier im Komfort-Level. Gucken wir auf die Schwimmweltmeisterschaften in Fukuoka. Da gab es gestern den sechsten Platz für Isabel Gose im Rennen über 15 Meter Freistil. Das ist in Ordnung, die Medaille war sowieso nicht realistisch drin, aber sechster Platz ist ja alle ehrenwert. Heute geht es weiter am Mittwoch um 13 Uhr wieder mit dem nächsten Rennen, unter anderem Finale über 800 Meter Freistil mit Lukas Mertens. Da ist Florian Wellbrook ausgeschieden im Vorlauf. Mertens hat es aber ins Finale geschafft. Und dann gibt es auch um, das sind 13 Uhr, um 14 Uhr gibt es das Finale über 50 Meter Brust mit Lukas Mazzerath. Der hat sich dort qualifiziert. Der hofft natürlich so ein bisschen, dass es nachdem es nicht sein sollte für ihn über die 100 Meter Brust, vielleicht über 50 Meter, was drin ist, werden wir sehen. Dazu gibt es die Mix-Staffel über 4x100 Meter. Hier das Finale um Viertel vor drei und generell die ganze Session läuft von 13 bis 15 Uhr. Ihr könnt das Ganze live verfolgen, sogar im ZDF teilweise. Ab 13 Uhr sind die nämlich in der Fußballpause beim Sportstudio live drauf, für eine Stunde etwa aus Fukuoka. Und den Rest gibt es dann, glaube ich, während der Fußballhalbzeit oder so als Zusammenfassung. Aber wer sagt, ich will Schwimmen sehen, der ist aufs Sportstudio eh gut aufgehoben. Denn da gibt es wieder die komplette Streamstrecke ab... Habe ich Streamstrecke gesagt? Ich wollte Streamstrecke sagen. Oder habe ich Streamstrecke? Jo, Streamstrecke, weiß ich nicht. Jedenfalls ab 13 Uhr der Stream auf sportstudio.de und im ZDF ab 13 Uhr auch Schwimmen im TV zu sehen. Also sehr präsent das Ganze heute. Wir hoffen natürlich darauf, dass die beiden Lukasse und vielleicht auch unsere Mix-Staffel da gut abschneiden können. Ja, die Mix-Staffel ist richtig. Genau. Dann kommen wir zum Tennis nach Hamburg. Da haben die Deutschen schon sehr gut abgeschnitten in den letzten Tagen. Marte, da schlägt Mollecker. Das war klar, da muss ein deutscher Duell einer ausschalten. Aber Zverev ist weiter, Hanfmann ist weiter, Eva Lyss ist weiter. Im Doppel Kravitz-Pötz eine Runde weiter. Also das ist alles sehr gut gelaufen. Heute geht es los um 11 Uhr mit folgendem Programm live auf ServusTV. Wir starten mit Jule Niemeyer gegen Julia Putin-Zewa. Das ist das erste Spiel. Im Anschluss gibt es dann André Rublev, danach Kasper Ruth. Also auch die ganz großen Namen geben sich hier die Ehre heute auf dem Center Court. Dann kommt Eva Lyss wieder gegen 16, 16, 30. gegen Panna Udwardi aus Ungarn. Mir ist ja noch kein tieferer Begriff. Und dann das nächste deutsche Duell. Das wird es erst am Abend geben, nicht vor 18 Uhr. Alexander Zverev gegen Maximilian Materer. ServusTV live dabei. Ich glaube, das kann man sich mal gucken. Das kann man sich mal gucken. Angucken, wollte ich sagen. Als Tennisfreund, das könnte durchaus attraktiv werden. Die Tour de France der Frauen geht weiter mit der nächsten Etappe, nämlich die Nummer 4. Gestern gab es eine flache Etappe und am Schluss einen Sprint im Ziel, der an Lorena Wiebes aus den Niederlanden geht. In der Gesamtwertung hat sich da nichts getan. Kopecki weiterhin vor Lippert und der Südafrikanerin Moolman. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Heute dann die Etappe ab 15 Uhr zu sehen. Ist ein bisschen hügelige Etappe heute mit ein paar Bergwertungen drin. Aber der ganz große Kracher fehlt noch. Live auf Eurosport ab 15 Uhr. Und, das habe ich, glaube ich, die Tage noch nicht so richtig erwähnt, auf 1 wird das jeden Tag rüber tragen. 15, 20. Wer nicht auf Eurosport gucken möchte, der guckt ab 15, 20 auf 1. Und da seht ihr dieselbe Etappe. Nur halt mit einem anderen Kommentar und auf einem anderen Sender. Und ohne Werbung. Vielleicht auch noch ein Argument auf 1 zu schauen. Tennis hatten wir schon. Schwimmen hatten wir schon. Dann kommen wir mal zur Fußball-Weltmeisterschaft. Was haben wir da zu vermelden? Zum einen Ergebnisse. Kolumbien 2-0 gegen Südkorea in der Deutschlandgruppe. Dann Neuseeland verliert gegen die Philippinen. Der Gastgeber, also nach dem Auftaktsieg, jetzt eine Niederlage. 0 zu 1. Bisschen unerwartet, finde ich. Und Schweiz-Norwegen 0 zu 0. Das ist insofern interessant, weil die Norwegerinnen jetzt einen Punkt haben aus zwei Spielen. Das ist schon der zweite Spiel, der jetzt angebrochen ist. Das wird langsam eng für Norwegen. Also, ich meine, noch können sie es schaffen in die K.O.-Runde. Aber die müssen echt sich mal ranhalten jetzt. Ein Punkt aus zwei Spielen. Da hatte man, glaube ich, sich mehr erhofft in Norwegen. Heute geht es weiter mit den Partien. Schauen wir drauf. Hier ist das Programm. Um 7 Uhr Japan gegen Costa Rica. Dann haben wir um 9.30 Uhr Spanien gegen Sambia. Und um 14 Uhr gibt es Kanada gegen Irland. Übertragend heute das ZDF. Das heißt, im ZDF-Hauptprogramm könnt ihr es gucken. Und wie schon erwähnt, zwischen Spanien, Sambia und Kanada, Irland. Was bietet sich da mehr an als die Schwimm-WM? Logisch. Der Stream ist aber auch geschaltet. Natürlich sportstudio.de. Könnt ihr alle Spiele dort live verfolgen. Und wer in der Nacht auf Donnerstag schon weiter gucken möchte, 3 Uhr nachts habt ihr dann ein Date bei einem durchaus interessanten Spiel. USA gegen Niederlande. Um 3 Uhr geht es da also weiter in der Nacht auf Donnerstag. So, dann habe ich noch die Fechtweltmeisterschaften. Da geht es auch weiter in Mailand. Und zwar mit dem Floret der Frauen und dem Degen der Männer. Das könnt ihr entweder gucken auf Eurosport 2 ab 17.40 Uhr heute aber erst. Die sind recht spät drauf. Oder aber den ganzen Tag auf YouTube beim Fencing-Channel. Könnt ihr mal reingeben in die Suchleiste Fencing-Channel. Also Fencing von Fechten und dann Channel. Und die übertragen alle Planches. Planchen? Planches. Also alle Fechtbahnen werden dort live übertragen im Stream. Könnt ihr euch hin und her klicken, wenn ihr wollt. Und für die Fechtfreunde sicherlich ein gefundenes Fressen. Genau, Fencing-Channel oder Eurosport 2 eben ab 17.40 Uhr dann in der kommentierten Version die Final-Duelle. So, und dann habe ich zum Abschluss für heute noch den Blick auf die Champions-League-Quali für euch. Denn er hat sich ja einiges getan in Sachen, was haben wir da, zweite Runde. Helsinki zum Beispiel, wir gehen 1-0 gegen Molde. Das sind doch schon zwei namhafte Teams. Galatasaray Istanbul spielt nur unentschieden bei Salgiris Vilnius in Litauen. 2-2, das ist ein bisschen überraschend. Dynamo Zagreb-Locker 4-0 gegen Astana. Panathinaikos 3-1 in Dnipro in der Ukraine. Dann haben wir Servet Genf. Die haben gegen Henk gespielt. Unentschieden, 1-1, genau. Slovan Bratislava gewinnt bei Srinski Mosta knapp mit 1-0 und der FC Kopenhagen 2-0 in breiter Blick auf Island gewonnen. Rückspiele folgen noch, aber das waren ja schon mal die Hinspiele. Und dann gab es noch Conference-League-Quali. Da lohnt sich mal kurz drauf. Ist da irgendwas von Interesse? Ich glaube, ich glaube nicht. Hamrun Spartans aus Malte haben gewonnen gegen Dynamo Tieflis. Aber das lassen wir weg. Dann machen wir, wenn die Rückspiele durch sind, machen wir lieber nächste Woche dann den großen Rundumschlag mit allen, die weitergekommen sind. Und ich glaube, da haben wir dann mehr von. Tour de France haben wir auch gehabt. Tennis haben wir gehabt. Ich denke mal, damit sind wir durch für heute. Ich habe ja nichts mehr auf dem Zettel stehen. Reicht auch. Was haben wir? Fußball-WM der Frauen mit Schwimmen dazwischen. Wir haben Tennis in Hamburg. Bei ServusTV die Tour de France. Femme, die Fecht-WM. Also, wieder ein buntes Programm. Morgen, wenn ihr Bock habt. Jetzt habe ich auch noch einen Daumen im Bild hier. Das ist sehr unprofessionell, diesen Tagen, was ich hier so veranstalte. Aber es ist nicht so gruselig wie gestern im Auto irgendwie. Das war mir dann doch ein bisschen zu düster im Nachhinein. Mal gucken, wo ich morgen bin. Ich suche mir wieder ein nettes Plätzchen. Das mache ich diese Woche jetzt jeden Tag von woanders. Also, das ist jetzt hier auf dem Sofa. Und morgen vielleicht, ich weiß nicht, in der Hundedusche oder keine Ahnung was. Ihr werdet sehen. Danke, dass ihr dabei wart. Spezialvideos sind am Schluss nochmal verlinkt. Also, hier Interview mit Reva Voos zur Schwimmen-WM. Dann haben wir irgendwo noch die Senderechte-Situation verlinkt. Das Video von gestern aus dem Kruselauto und so weiter. Sucht euch was Nettes raus. Habt Spaß auf diesem Kanal. Abonniert gerne, wenn ihr möchtet. Empfehlt mich weiter, das Übliche. Ihr kennt das. Jetzt vor allem erstmal einen schönen Tag euch. Und viel Spaß beim Sport gucken. Tschüssi.